Das 175. Cannstatter Volksfest steht in den Startlöchern. Nach zweijähriger Corona-Pause findet das Volksfest in diesem Jahr wieder in bekannter Form statt. Was nicht heißt, dass es nichts Neues gibt. Wir haben fünf neue Fahrgeschäfte hier, ansonsten die beliebten Fahrgeschäfte, alle die wir wollten. Und mit der Königsalm auch noch eine neue Gastronomie-Einheit. Eigentlich eine perfekte Geschichte. Und wie sieht es beim Bierpreis aus? 2019 kostete die Mars noch 11,20 Euro. In diesem Jahr müssen Besucher bis zu zwei Euro mehr pro Mars einplanen. Es sind wahnsinnige Kosten von Aufbau, Kostensteigerungen und dann die ganzen Materialien und vor allem ganz extrem die Energie. Die Preise werden sich sicherlich verdreifachen, wenn nicht sogar vervierfachen. Und das ist schon wahnsinnig, so eine Entwicklung. Man kann das gar nicht alles in den Bierpreis praktisch einkalkulieren. Auch die Festwirte beschäftigt die Energiekrise. Wird in diesem Jahr die Heizung im Zelt abgestellt? Wir werden die Energie einsparen, die man einsparen kann, möglichst unter wenig Negativ-Einflüsse auf die Gäste. Also das ist nach wie vor unser oberstes Ziel. Die Veranstalter erwarten einen ähnlichen Andrang wie vor der Pandemie. Wir hatten bei gutem Wetter dreieinhalb bis vier Millionen Besucher. Davon gehen wir wieder aus. Die Tendenzen sind da. Die Freitur-Veranstaltungen auch im Vorfeld, Frühlingsfest, Pferdemarkt, andere Schäferlaufen wurden sehr, sehr gut angenommen. Deshalb gehen wir nicht davon aus, dass wir weniger Besucher bekommen. Bei der offiziellen Eröffnung sollen in diesem Jahr einige Veränderungen vorgenommen werden. Für Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper steht dabei erstmals der traditionelle Fassanstich an. Eigentlich hätte er jetzt das dritte Fass anstechen können, so lange ist er, glaube ich, im Amt meines Wissens. Jetzt sticht er halt das erste Fass an. Ich denke, er wird sich aufräumen. Dieses Mal haben wir gesagt, zum Jubiläum eigentlich mehr mit Blasmusik machen. Aber bewusst für uns, dass die Gruppen aus Baden-Württemberg kommen. Das ist uns gelungen. Aber auch für die lüngeren Leute mit fettes Blech noch eine Alternative. Am morgigen Freitag um 15.30 Uhr wird das Cannstatter Volksfest im Festzelt von Klaus und Klaus eröffnet. Dann heißt es, 17 Tage lang feiern auf dem Cannstatter Basen.